Was macht die denn mit ihrem Hintern? Bethany, was hast du ihr nur gesagt? Hat sie sich den Knöchel verknackst oder sowas? Sie hat noch nie geflirtet, hack nicht auf ihr rum. Hallo, kleine Lady. Was machst du hier draußen ganz allein? Hallo, Jungs. Ich hab mich verlaufen. Könnt ihr mir helfen? Hallo, kleine Lady. Was machst du hier draußen ganz allein? Ihr Jungs seid so interessant und witzig. Was macht die denn da? Hat die eine Mücke im Haar? Sie hat ihre ganze Ausbildung vergessen. Gehen wir. Wartet! Ich muss euch über das Buch erzählen, das ich gerade lese. Über Mikrobiologie. Das ist eine meiner Lieblingsbiologien. Hallo, kleine Lady. Was machst du hier draußen ganz allein? Du bist doch krass drauf. Hey, wollt ihr Jungs tanzen? Ich bin auf ein Schwenscher. Was machst du hier draußen? Du bist doch krass drauf. Und du bist doch krass drauf. Ich bin ein Lieblingsbiologien. Ich bin ein Schwenscher. Ich bin ein Schwoenscher, die das schiefst. Ich hasse diesen Schoppen. Ihre Stärke ist Tanzkampf. Alex, was denkst du, hä? Wie geht's weiter? Was? Was nehmen wir? Welches? Ich weiß es nicht, Mann. Ich hab euch doch gesagt... Wir müssen fliegen, oder? Den Helikopter. Ich weiß es nicht. Sie verhaut denen krass den Arsch. Das ist unser Mädchen. Ja, mehr! Sie zerlegt die ja! Supergirl! Oh, ja! Wow! Oh, nein!